In der letzten Zeit habe ich nicht das Geschäft gestreamt, also jetzt ein bisschen soll ich es ändern. Jetzt kaufen wir jetzt ein. Ich habe alle zwölf. Für was zwölf? Das ist zu viel. Zwölf, zehn. Also nehme ich diese für Jemne Perola. Also heute haben wir eine Perola. Für zehn. Also nehmen wir diese für zehn. Zwölf. Eigentlich. Ja. Zwölf. Und das ist meine. Jemne Perola. Einkaufs. Schwierig zu sagen. Einkaufs. Bestimmt, aber danach was ist. Einkaufswagen. Einkaufswagen nennt es. Heißt es. Irgendwann es. So sieht dieses Geschäft jetzt aus. Es ist Talbert. Und ich denke, dass ich habe schon alles gekauft und jetzt können wir zur oder dort gehen. Was schreiben Sie dort? Ja. Ja. Nur vier Stücke sind erlaubt. Aber ich habe es gekauft. Ich habe es noch einmal gelöst. Und das ist schon mal. Ich habe noch nicht gelöst. Aber ich habe noch keine gelöst. Aber ich habe noch nicht gelöst. Das ist schon ziemlich gelöst. Ich habe noch nicht gelöst. Es ist schon gelöst. Und das ist schon wirklich gelöst. weil es einen hervorragenden Abend heute gibt. Heute ist der 11. Juni. Das bedeutet, dass ich heute meinen ersten Freitag hatte. Heute hatte ich nichts. Heute habe ich nur herumgetrieben. Ich machte nichts. Was habe ich am Vormittag gemacht? Am Vormittag habe ich mit meinem Bruder gesprochen. Danach gingen wir einkaufen mit meiner Mitbewohnerin und als wir schon wieder ins Wohnheim gekommen waren, habe ich die Waschmaschine bestellt. Danach habe ich die Wascherei gemacht. Falls ich irgendwelches Wort nicht kenne, danach durchbreche ich die Übertragung, finde ich mir das Wort heraus und sage ich euch, wie es eigentlich klingen soll. Es wäre viel, viel nützlich für mich. Also mein Übersetzter sagt mir, dass Wäscherei ist ein Ort, wie zum Beispiel Wohnheim. Aber auch es ist möglich über diesen Vorgang sich so äußern. Oder Wäsche einfach. Ich habe also meine Wäsche gewaschen und danach begann ich Deutsch zu lernen. Neue Wörter, die ich mir in den vergangenen Tagen seit zwei Wochen oder vielleicht schon mehr eingeschrieben habe. Oder ein Schreiber oder ein Schreiber oder ein Schreiber. Oder auch mein Übersetzter sagt, dass aufschreiben möglich ist. Aufschreibter. Also in zwei Stunden war ich fertig. Ich habe alle diese Wörter gelernt. Aber hatte ich nur andere Wörter, die ich heute präzise zu sagen gestern Abend auch abgeschrieben habe. Und diese Wörter habe ich leider nicht gelernt, weil es gab zu viele Wörter. Es gab zu viele Wörter. Und ich denke, dass vielleicht jetzt beim Spazieren kann ich diese Wörter lernen. Oder vielleicht kann ich... Mensa ist Mensa. Also auf Deutsch wird es auf dieselbe Weise... Jetzt werde ich es lernen. Oder morgen vielleicht kann ich aus... Morgen früh kann ich es lernen. Danach, als ich ein Teil von diesen Wörtern gelernt habe, begann ich... ...deutsches Grammatik... ...deutsche Grammatik... ...Grammatik... ...Grammatik... sehr 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 vielleicht nein nur also eine stunde habe ich gelernt und jetzt bin ich hier bin ich jetzt draußen werde ich vielleicht diese wurde mich noch einmal sozusagen habe ich das wort leider vergessen werde ich diese rote wiederholen wiederholen ja und was was noch was noch was habe ich bemerkt als ich studierte als ich studiert habe das jetzt vielleicht geht es mir einfacher schneller und besser sozusagen zu sprechen ja aber ich kann diese aussprache noch haben noch haben weil es klingt nicht so wie das rechte das richtige deutsch aber ich werde mich aber ich werde versuchen ich werde mich bemühen richtig und ohne diese aussprache zu sprechen und ab dem ersten juli wie ich auch gesagt habe werden wir mit einem deutschen wohnen er wird unsere mitbewohner und ich denke dass es mir sehr sehr helfen muss aber wer eigentlich soll ich sagen ja das ist mir einfach helfen wird und heute eigentlich sind die lang sind die längsten tage im jahr und es ist 8 uhr 30 minuten aber es ist schon 8 uhr 40 denke ich oder 50 und es ist schon nicht dunkel so sieht alles jetzt aus ja echt toll echt krass aber als ich bin ich heute sozusagen ein bisschen nicht traurig nicht deprimierend aber war ein wort arbeitsschleuner oder schlöchende also moment mal ja ich bin heute so ein bisschen arbeitsschleuner weiß nicht warum aber geht mir die arbeit einfach nicht ich bin nur ich will studieren aber als ich das buch öffne aber wenn ich das buch öffne zugleich habe ich mein handy und ich begann und ich beginne etwas dummes auf dem handy lesen oder schauen also soll ich etwas damit machen soll ich mich kontrollieren meine zeit meine zeit ähm verwenden oder nein zeit nicht verschwenden nicht verwenden aber was mit meiner zeit machen hm zeit nur denke ich nutzen nur denke ich nutzen nutzen ja meine zeit nutzen zum lernen nicht zum herum nicht für herumtreibung und auch und auch denn den ganzen monat den ganzen vergangenen monat denke ich meine ich jetzt ähm mai habe ich habe ich keine also gar keine übungen deutsche übungen gemacht weil ich bereite weil ich habe mich habe mich auf weil ich bereitete mich auf prüfungen die ich hatte und die ich jetzt bestanden habe ja und jetzt bedeutet das ich kann jetzt meine zeit wie nur wat widmen oder ja widmen aber auf deutsch ist es ist gesagt zeit nehmen ja jetzt kann ich zeit für deutsch niemand was freut mich alle schon wie sie es wie ihr es sieht können kann wie sie schon einmal wie ihr es sehen könnt habe ich schon alles weitgehende Informationen vergessen und daraus kann es kann ich schluss folgen das übungen übungen und übungen sind die wichtigste pff die vor ale teďka počkejte habe ich vor habe ich einen 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 dass ich hier bin, dass ich hier bin und dann etwas wurde, dass es so lange war. Ich weiß wirklich nicht, was sich da gemacht hat, aber ich hatte einen typischen Sinn. Ich dachte mir, dass es genau aus dem Weg war. Jetzt ist es wirklich witzig, was sich da gemacht hat. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass es so ähnlich war. Ich weiß nicht, vielleicht auch wenn ich Deutsch sprechen werde, also automatisch auch mein Tschechisch verbessere ich, weil ich eigentlich Deutsch auf Tschechisch gelernt habe. Also, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Wörter finden will, danach suche ich nach diesen Worten auf Tschechisch und danach versuche ich diese Wörter zu übersetzen. Gehe ich aufs Rodov. Auf Rodov. Ja, gehe ich dort. Danke!